So, und jetzt schauen wir mal, wenn die richtig läuten, dann ist es gut. Du kannst auch das nehmen. Das muss ja heiss sein, sonst sind die Pommes frites schon kalt. Oh, hast du gehört? Also, wenn die Pommes frites so machen, dann sind sie knusprig. Und schaue es vorhin und jetzt der Unterschied. Also Pommes frites hervorragend. So muss das sein.